Nach dem schlechten Abschneiden der baden-württembergischen Schulen bei der letzten Bildungsstudie soll jetzt die Qualifizierung der Lehrer wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt werden. So hat es Kultusministerin Susanne Eisenmann, CDU, bei der Landtagsdebatte am Mittwoch angekündigt. Zudem soll die Grundschulempfehlung neu gefasst und die Beratung der Eltern verstärkt werden, wenn es um die Entscheidung über die weiterführende Schule geht. Die Eltern seien aber auch in der Pflicht, ihren Kindern die Bedeutung von Schule klarzumachen und eine gewisse Wertschätzung dem Lehrer gegenüber zu vermitteln.